Hallo Freunde der digitalen Unterhaltung. In der heutigen Folge von Unplayed Until Now geht es um Lover's Smiles. Lover's Smiles ist ein Puzzlespiel aus dem Jahr 2018 von S-Games. Es handelt sich um ein Puzzlespiel, in dem es Eure Aufgabe ist, verliebte Kugeln durch kleine Physikrätsel glücklich zu vereinen. Ihr müsst Objekte in das Level zeichnen, um die Kugeln indirekt zu steuern und dafür zu sorgen, dass sich die beiden Kugeln treffen. Hierbei ist zu beachten, dass man auch dafür sorgt, dass die Kugeln sich nicht in selbstmäulerische Absicht in irgendwelche Abgründe stürzen. Dazu zeichnet man Rampen und Mauern in die Level-Architektur. Die Schwierigkeit der Level ist leicht ansteigend, aber wird nie zu herausfordernd und mit einigen Versuchen ist jedes der 100 Level gut zu bewältigen. Hey, wollen wir zusammen abhängen? Oh mein Gott, ich dachte du fragst nie. Das ist eine fantastische Idee. Wie komme ich zu dir? Wie komme ich zu dir? Oh, ich habe eine Idee. Solltet ihr doch mal bei einer Stelle absolut nicht weiterkommen, gibt es eine In-Game Hilfe, die aber bei jeder Benutzung 1 der 100 Herzen abzieht. Die akustische Untermalung des Spiels ist angenehm gewählt und das fröhliche Thema beim erfolgreichen Lösen eines Levels reißt förmlich mit. Die Grafik ist auf das Wesen her reduziert und das Spiel sollte auch auf älteren Computern flüssig laufen. Zum Erscheinen des Videos kostet das Spiel 79 Cent und nach ungefähr zwei Stunden ist er mit allen 100 Levels durch. Das gemütliche Knobeln in der angenehmen Kulisse macht es auf jeden Fall zu einem guten Kauf für Freunde von der entspannten Physik-Rätseln. Die Videospielbarkeit ist unbedingt gegeben, aber die 79 Cent sind meiner Meinung nach trotzdem gut investiert. Zum Abschluss gibt es noch ein wenig uncommentiertes Gameplay. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Konstruktive Kritik und Likes sind natürlich ebenfalls willkommen. Ich sage bereits an dieser Stelle auf Wiedersehen und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020